Musik 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 Hammer aus! Dankeschön für die Treuartplätze. Dankeschön Musik 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 Ja, dann muss ich ja das nochmal bearbeiten und vor allen Dingen braucht es Team Elements doch ein Abo. Hallöchen Lena, schönes Tag, ich würde dir jetzt guten und einen schönen Tag. Wow. Es ist quasi genau wie ich erinnere es. Nur, es ist es. Wie ein Polaroid auf einer Wendelschall. Von der ausseite, es almost sieht gut aus. Charm ist nicht das Problem. Strukturell Integrität, vielleicht ein Problem. Du denkst, dass eine Chance, die jemanden kaufen will... ... einfach... ...tear es. Wenn jemanden kaufen kann, sie können alles was sie wollen. Du wirst nicht alles interessieren? Würdest du? Natürlich. Woher ich sehe, ich sehe ein Stück eines unserer Aventures. Woher ich sehe, ich sehe einfach sie. Kluge Worte. Da sind wir wieder im Haus. Ja, ja. Ein bisschen hohes Tempo in das Spiel, momentan. Kann sogar wirklich hochgehen. Nice. Kann ich auch so laufen? Nicht wirklich. Tyler möchte sich nicht beeilen. Schade. Sieht sehr trostlos aus. Aber ich meine, hier war ja in den letzten 10 Jahren keiner. Daher. Jetzt läuft er. Ich finde, das ist halt der Polizist, der ihn verhaftet hat damals, sie adoptiert hat. Irgendwie auch sehr weird. Okay, jetzt ist das, was ihre Mutter Marianne hieß. Ich finde aber gut, dass sie mitkommt und nicht über die halbe Karte schreit. Okay. Sollen das Frösche sein? Okay. Okay. Das ist eigentlich voll das schöne Anwesen. Also, vor allem groß. Das ist der Komposthaufen. Okay. Kann ich sogar schon hier runter laufen? Okay. Okay. Ich darf mich anscheinend sehr weit umgucken. Finde ich cool. Mist. Oh, du bist richtig. Versuch was wert. Kannst du wahrscheinlich hinsetzen oder auch nicht. Oh. Ein bisschen kalt, oder? Jetzt kann ich mich hinsetzen. Können wir uns dann das unterhalten. Ja. Du musst jetzt ein break already, Ronan? Nein. Just sitting. Enjoying the view. Okay. 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 Also, ich tippe jetzt schon. Mama hat schon mal ein wild guess. Ich glaube, die Mutter hatte wahrscheinlich irgendeine psychische Krankheit, irgendeine Schizophrenie oder so. Weil ansonsten würden sie das jetzt nicht so betonen, von wegen, bevor wir so alt sind wie sie. Weil es klingt so ein bisschen wie so ein feststehendes Event. Und ich weiß, dass Schizophrenie vererbbar ist und ich weiß, dass Schizophrenie ab einem gewissen Alter einsetzen kann. Wird er doch erklären, warum sie so durchgedreht ist und ihren Sohn töten wollte. Oh. Sieht so aus wie ein Nachwuchs kam. Das ist lustig. Ich kann nicht irgendwelche Zeichen von denen, als wir Kinder waren. Wahrscheinlich, weil unsere Mutter ihnen die Scheiße aus dem. Ja. Sie hat auch alle anderen aus. Ja. Also, wenn die Mutter wirklich so merkwürdig gewesen sein soll, dann muss da irgendwas im Argen liegen. Ich will da noch nicht rein. Ich will mich da ein bisschen umgucken. Noch ein bisschen. Da kann man schon mal reingucken ins Haus. Oh. 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 Ichle. Oh. Ich meine, es ist schön, so zu wohnen, aber ich hätte unglaublich Schiss, weil das ist ja am Arsch der Welt und wenn da mal irgendwie wer ist, dann... Naja. Einen Sandkasten. Ist denn eh schwierig, ja, oder? Entschuldigung. Wow. Ich muss außen rum. Oder auch nicht. Oder doch? Deswegen auch die anderen Türen. Gut. So ein bisschen, so ein bisschen aus bis jetzt, life is strange. Die krafty goblins. Ich habe nicht gedacht, dass sie über sie in der Zeit gedacht haben. Oder soll ich sagen, wir? Wir haben fast mehr Zeit als goblins, als wir als Kinder haben. Oh, Sieinnerst du alle anderen Charakteren? Der Moonhag, der Ice King, der alten Bear? Ich einfach überall hinhocken muss. Also bis jetzt ist es für mich so eine Mischung aus Life is Strange und ähm, ach Gott, wie ist das Spiel nochmal? Äh, mit Rachel Foster. Ich komme gerade nicht drauf. Ist die auch zu? Ja, dann müssen wir die Schiebetür nutzen. Bist du jetzt halt auf Rachel? Riechel. 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 Schön, Lena. Aber ja. Das meinte ich. Und der wunderschöne Hyper. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast einen schönen Tag. Was tut mir das? Riechel. Du machst mich gerade echt fertig. Und? Harper. Auch schön. Was ist denn los mit dir, Lena? Ach so. Ah, ist das schön. Ah, ist das schön. Ach so. Okay. Dann also unter das Haus. Ja, wo die sind, wissen wir ja schon. Ich glaube, ich habe einen zurück in der Schade gesehen. Los geht's. Okay. Das heißt... Hätte ich es vorher mal gewusst, hätte ich mich gar nicht so umgucken müssen. Okay. Es sollte etwas in hier sein, das funktioniert. Ja, da ist ein... Ich glaube, Marianne hat uns etwas verwendet, oder? Ja. Wir müssen trotzdem noch einen Weg finden, um rein zu gehen. Und bitte, keine broken windows. Ach, Mann. Wir sehen uns. Was ist passiert? Du fühlst das? Nein. Auf mein Benzer fokussieren. Okay. Ja. 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 Okay. Dann werden wir uns halt nochmal. Ja, Schatzkammer. Ja, wahrscheinlich wohl der... ...in der Mitte. Wollte ich tippen? Okay, interessant, dass sie sich so Erinnerungen halt, dass so gesehen ihre Kraft ist, die Erinnerungen noch mal abzuspielen. Irgendwie auch cool. Kann ich mir jetzt was Neues noch angucken? Ich kann Vogelfutter nehmen. Alter, okay. Dreh dich doch dreimal. Ich hab mich Vogelvorteil. Ich weiß noch nicht ganz, wofür ich's brauche, aber ich hab's. So, kommen wir nicht rein, dass es super dunkel drin anscheinend. Ach ja, kurz vergessen, was ich mit dem Schraubensieger wollte. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. You sure you want to go in there? This was our very first den, remember? Who knows what lives down there now? Everything okay down there? Tyler? Das war wirklich klar, ja. Das stimmt. Und da kann ich kriechen. Okay, ich muss da kriechen. Und jetzt im Kriechen erstmal aufsteht. Oh, okay. Are you okay? What happened? I just hit my head like an idiot. Wait. What? Where are you? Tai. I'm outside. But I can hear you in my head. Our voice. It's back. Holy shit. I, uh, don't suppose you're Dragoon. Straight ahead. Need to go left, I think. You were right. Nothing here. Of course I was. Einfach in Sommerstücken, wahrscheinlich. Der wille Jäger. I would have taken gold. Not even in your dreams. Ich unterbreche das Gespräch. Oh, Entschuldigung. Blümliche Wettkampf im Death Crossing. Stein hüpfen. Allison. 4. Oli. 3. 3. 3. 4. 5. Oh, Gott. I can't say I expected to see you again. It's been a long time, buddy. Der arme Elch. Einfach unten im Keller gelassen, oder im... wie haben wir das denn nicht keller sondern weiß ich nicht wir sind festigen kobolder oh ja das sind wir aber irgendwie auch cool ist das da in der bitte dass das da in der schiffel auch nur spielzeug sein ansonsten ist es ein bisschen disgusting nach zehn jahren da mühsli stehen zu haben ich meine gibt es nicht wirklich so ein phänomen dass zwillinge das können kreation she made all the creepy charakters ah ja warte mal nein sonst nix ja Glockenläuten Tyler, are you in there? Tyler, are you in there? Tyler, are you in there? Well, we're here. Here we are. So, how do we get started? We figure out what to keep, what to trash, and see what else this house might be trying to show us.